E.A. Sport. It's in the game. Die Fahrer müssen hier auf dem Yass Marina Circuit 16 Kurven meistern auf einer Strecke von rund 5,28 Kilometern. Es gibt einige Möglichkeiten zum Überholen mit langen Geraden und DRS-Zonen an zwei Stellen, nämlich bei Kurve 5 und 7. Das wird also ein enges Rennen, ein sehr schnelles Rennen und die kommenden Runden werden uns eine Menge Drama liefern. Ein weiterer Tag, ein weiteres Event. Aber das ist kein gewöhnlicher Tag. Heute haben unsere Formel 1 Fahrerinnen und Fahrer die Chance auf einen glorreichen Sieg. Stefan, hier ist eine Frage zu unserem Fahrer im Grid, der offensichtlich etwas langsamer unterwegs ist als einige der anderen. Ist das eine zu große Hürde? Nun, die Formel 1 ist ein anspruchsvolles Umfeld und manchmal sind die Fahrerinnen und Fahrer damit überfordert. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft genug gesehen. Aber man hat auch ein tolles Team um sich herum. Wenn man in so einer Situation ist, ist es an der Zeit, die Erfahrung der Menschen um sich herum zu nutzen und zu versuchen, dir selbst neue Energie zu geben und an den schwachen Bereichen zu arbeiten. Das ist ein geheimnis. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, Sie haben drei saubere Runden in Folge. Mach weiter so. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war super, aber ich glaube, du hast dir selbst keinen Gefallen getan. So eine Leistung erwarten wir jetzt nämlich jedes Mal. Ein herzliches Willkommen aus der Kommentatorenkabine zu diesem F1 World Event. Es geht heute um den Sieg, aber es gibt nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 Kilometern im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1. Zunächst warten in Sektor 1 90 Grad Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer lange Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Während sich die Autos im Grid aufstellen, wird sich die Konkurrenz angeschaut. Aber unsere Fahrerinnen und Fahrer haben nur den Sieg im Blick. Wir befinden uns in der Mitte der Saison, Stefan. Hier gibt es viele Punkte zu holen und unser Fahrer konnte seit Beginn schon einige einfahren. Wie kann er das jetzt noch weiter ausbauen? Man sollte auf jeden Fall positiv bleiben und sich nicht darauf versteifen, was hätte sein können, Sascha. Dann fühlt man sich selbst nur als Opfer. Jeder hat das schon erlebt. Jeder hätte an irgendeiner Stelle mehr Punkte holen können. Man sollte sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und die Dinge kontrollieren, die man auch kontrollieren kann. Die Saison ist noch lang und es ist noch alles möglich. Das ist noch lang und es ist noch lang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020